Wir begrüßen herzlich herzlich zu unserem diesjährigen Cecilia-Konzert. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind und gemeinsam mit uns einen wundervollen Abend voller Musik zu erleben. Dieses Jahr eröffneten wir unser Konzert mit dem Stück Fanfare in Jubilation, einer Eröffnungsfamphare des Komponisten Naroa Vado. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.